Ja, wir sind's wieder, eure Kamerad-Jungs und wir haben Monster Hunter, German Tree, Full HDU und es gibt... Oh, weißt du, was das Geilste ist? Hammer dein Gangpad hoch. Ja, genau. Wenn ihr wahrscheinlich gerade in der anderen Kamera sehen werdet, werdet ihr einen großen Fernseher und einen kleinen Mini-Fernseher sehen. Genau, ich dreh mich einfach mal um. Hallo. Hallo. Und sieht man kaum, aber man sieht die Bildschirme. Mein Bildschirm, sein Bildschirm. Seinen Bildschirm nehmen wir auf und wir haben... Ich hab den größten. Wir haben hier gerade eine super... Oh, ein Barott. Guck mal, genau die wir machen wollten. Perfekt. Wir haben hier eine super Gruppe, mit der es gerade richtig Bock macht. Zwei Hammern. Mit drei Hammern. Ne, zwei Hammern, den Sledge Beefy und den Double-Axt-Moddy. Richtig. Ich zeig dir mal meine Karte, meine Gilden-Quest-Karte. Das muss aber sehen, wie das aus. Da kann ich nicht sein, ein Gilden-Quest-Karte machen. Ein Info. Info und dann die Gilden-Quest-Karte. Und dann die Gilden-Quest-Karte. Und dann Kartenliste. Artikus. Artikus. Das war der Typ, mit dem Gedankt haben. Bin ich. Mit der Sieger-Pose. Soldat der Doppelkrieger bin ich. Warte, einmal noch. Da kann man auch, sagt man, die Statistik darauf, mit welcher Waffe man am meisten gekämmt und so weiter und so weiter. Doppelbeine. Ich gucke jetzt mal hier auf meinem Bildschirm, weil... Geht. Geht. Ich werde in der Zeit eine Runde schwarzen. Achso, er ist erst mal. Okay. Äh, was gibt's bis jetzt zum Spiel zu sagen, Neues? Wir haben mit den 3DS-Funktionen, kann man sich runterladen. Man kann runterladen, dass man die Transfer-Pack, da muss man auf den 3DS runterladen, da kann man die Spielstände rüberladen. Und... Aber nur einen Spielstand, also wenn man bereits auf den 3DS einen Spielstand hat, äh, muss der leider weichen. Ja. Und... Online-fähig ist die 3DS-Version doch. Ihr müsst durch das, äh... direkt dann ein großer Router. Setz dir los. Nimm an! Achso, der PGR ist nicht soweit. Ja, auf jeden Fall, äh, damals bei der japanischen Version habe ich da einen Raum getreten, war verwirrt, dass da keiner drin war. Das war der Multiplayer-Modus, aber nur mit einer Wii U und 3 3DS. Äh, man kann nur, dass da keiner reinkommen muss. Und dann, was er sucht, der in den Ziel. Komm, wir wollen den jetzt für die Verbrauchung irgendwas. Ich hab' man das glaub' ich. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt, mittlerweile, damals im Vergleich zu alten Wii U kann man nämlich noch rumlaufen, wenn man die Quest schon angenommen hat. Ja, und allgemein auch die Stadt sieht geil aus den Gegensatz. Was habt ihr ja schon gesehen? Ja, genau. Hab' ihr ja schon gesehen? Hier, Dönerkatze. 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 Ich renne jetzt einfach mal rum, weil die Leute es ja... Und, was ich gebe mal zu Bifi, damit die meine Katze auch mal ein bisschen seht, was er den jetzt hier hätte machen. Ja, da bin ich. Das ist vorbei, genau. Doppel-Doppel-Achstschwinger-Arthurs. Und Barof. Der Martin, der ist ein kleiner Suchdie, der hat schon... Sind das bestimmt fünf Stunden. Sind das fünf Stunden? 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 Und, ja. Ja, genau. Ah, jetzt geht los. Jetzt nehmen an, wer drin wird. Wer drin wird. Eine sehr gute Gruppe. Ja. Ja. Also, die Hammer-Boys und die E-Nord-Doppel. Hammer-Boys und der kleine Slasher lädt noch in drinnen, also... Die Hammer-Brüder. Was hat man jetzt auswählen? Zünde die Bombe! Zünde die Bombe! Ja, was man mal gesagt hat, muss halt er erziehen. Nein, zünde die Bombe. Pass auf. Zünde die Bombe. I let's go ahead. Das ist auch gedauert. Zünde die Bombe! Was ist jetzt hier los? Da bin ich noch einer angewählen. Hallo? Hallo? Wieso? Überlegt. Ah, ja. Wahrscheinlich hat er die ganze Zeit die PGA angezogen. Wieso? Wieso hab ich denn die Status? Wieso geht das nicht? Ja. Was ich übrigens auch echt doof finde, wenn so viele Leute an der Schatztruhe sind. Und man wird dann draufgedrückt, man konsequent auf einen anderen Spieler. Oh! Falsch richtet man auf direkt. So, erstmal... Ich brauche eine Karte. Ich brauche erste Hilfe. Und ich brauche was zum Fressen. Kaltgetränk. Wir brauchen auch Kaltgetränk mit. Für die Wüste. Ja, Kaltgetränk wäre vielleicht nicht schlecht. Reiniger, teuer. Jetzt nicht. Ich brauche euch noch ein... Oh, weg. Hey, nimm noch mal weg. Der ist eine Katze noch. Ich gehe mal zur Katze. Das könnte ich tun. Ration. Brauche ich nicht. Aber danke. Dreimal kann man die Katze ansprechen. Turfischköhler. Turfischköhler. Ja, komm, Turfischköhler. He damit. Turfischköhler. Ja, komm, Turfischköhler. 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 Ration. Und... Ich habe noch zwei was bekommen. Du auch. Ja, oder? Ne. Ja, gut. Psychose, was das immer auch heißen soll. Ah, nehmen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert. Wow! Ich habe den Größten! Aber... Ja, mich seht ihr ja nicht, weil ich bin der, der ganz weit vorne ist. Und ganz ehrlich, mit der Gruppe haben wir bisher die größten Viecher am schnellsten Platz gefühlt. Ja, aber alle mit Rang 1 und so weiter. Ja, also wir sind noch alle am Anfang. Ja. Wohl Marien das Spiel schon seit Mittwoch hat, und ich seit Donnerstag. Dank dem Planeten Elektronikmarkt. Dank dem Planeten im Namen. Ja, weil ich hatte... Das war... Genau, ich kann euch direkt eine schöne Geschichte erzählen. Und ich in dem Markt wollte mir eigentlich eine One Piece Staffel kaufen. Und ich dachte so, ey, One Piece, cool, haben sie vielleicht. Geh, haben sie nicht. Gut, ich so, Wii U Abteilung, äh, Videospielabteilung geguckt, weil wir hatten ja drei Spiele für 50 Euro. So, yeah! Leider überhaupt nichts dabei. Ich so, okay. Wii U, neuestes Spiel, Need for Speed. Was, schon da? Auch er schon draußen. Dann, oh, Walking Dead, eine Version. Ich so, hm, aber ich habe doch keinen Test gelesen. Gut oder schlecht? Äh. War ich so mein Ding, ich war schon fast in der Klasse. Dann habe ich gesagt, weißt du was, die Winzer spielt nicht hart. So, ich geh zurück. Guck dann so was. Warum nicht dann so goldene Verpackungen rum? Gucke, Monster Hunter. Huff! Habe mal fette Fresse gezogen. Hör, da so aufkleber. Ich so, etwa zurück zum Sakturmitarbeiter. Ist das hier das richtige Spiel? Oder ist das eine Vorbeständerbox? Nö, das ist ja nicht gespielt. Fettes Grinsen aufgesetzt und direkt nach Hause. Und die Online-Server... Das haben übrigens schon viele gemacht. Ja, die Online-Server waren ja schon offen für die PR-Leute. Ja. Ja. Weil Capcom bzw. jetzt Nintendo hat sich diesmal was anderes überlegt, denn das letzte Mal mit Monster Hunter 3 gab es am Anfang ja diese extremen Server-Legs. Ja. Du kannst dich gerade erinnern? Abgebrochen! Ja, ja. Das war extrem damals. Deswegen haben wir zum Beispiel auch dazu kein Video gemacht, weil bei uns das irgendwie permanent passiert ist. Und die haben manchmal ein Video dazu gemacht. Ja, lange her. Ich hab noch die Aufnahmenmaterialien nicht so. Aber was schlucken hier bei meinem Leben? Entschuldigung. Das ist jetzt halt so schwierig. Das sieht ein durch eine Gruppe. Ach. Wir sind gut dabei. Meine Träne schon wieder, ey. Geh weg! Aua! Ach, Mann! Ich treff den nicht! Mein Hammer, ey! Viel zu schwer! Wie bereits schon gesagt, ne? Bei den hat ja schon die japanische Version vorgestellt mit den ganzen Waffen. Haben sogar zwei Videos dazu gemacht. Mit ganzen Waffen. Aber ein zweimal Waffen. Und jetzt hier die Waffen. Jetzt hier die Waffenstätte gesungen. Waffenstätte gesungen. Ich brauch einen Reiniger. Ich muss zur Seite! Ach, ja. Dann wär ich mit den stumpfen Spanns noch getroffen. Dann wär ich mit den stumpfen Spanns noch getroffen. Ja. Ich hab meine Waffen am Gott sei Dank jetzt eine höhere Stärkestufe. Dadurch kann ich... Och, scheiße. Ein bisschen länger. Zumindest kann ich diesmal nicht sagen, dass ich unbedingt ein Noob bin. Auch wenn ich jetzt grad bescheuert den Reiniger suche. Kein Problem. Kein Problem, Mann. Ich hab mich gar nicht gerettet. Oh, er liegt! Er liegt! Auf ihn! Mit Gebrüll! Ich muss, ich muss, ich muss trinken. Währenddessen guck ich einfach mal zu, was im Hintergrund passiert. Hör! Ja, und da das ja leider hier kein Offline-Modus ist, seit man hat die 3DS-Version dabei hat, hab ich mir gedacht, äh, weißt du was? Wir spielen einfach mal mit zwei Fernsehern, zwei Reuse, zwei Gamefels und einen Monster von hinten. Ein Monster von hinten? Der hat mich grad fliegen sehen. Articus, das bin ich! Der hat mir schon gesagt. Deswegen hab ich mein erster Charakter in Monster hatte damals hieß auch Articus. Ich hieß, glaub ich, immer wie viel. Ja. Ich bin da sehr... Sogar in Guild Wars 1 hieß mein, 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 mein Kämpfer-Articus. Ja. Das ist eins. Oh, oh. Oh, oh! Komm her, du! Komm, ich brauch dein Skull. Ich will nämlich noch... Ich hab aus Versehen, ich hab aus Versehen ne Weste gekauft. Mit deinem Skull. Ah, kaufst du ne Weste? Weißt du, ich fand so cool. Und dann sagt mir das Ding so... Oh, du beleidest... Oh, was ist das jetzt gerade? Ich hab ihn verhauen, er hat mich auch mitverhauen. Blödsich. Jetzt hau ich ihn in den Kopf ab. Ja, und ihr seht jetzt hier eine neue Aufnahme. Die deutschen Fassung! Die deutschen Fassung. Leider nicht die erste. Und Julius haben die ersten zwei Tage ja schon direkt, äh... Chat-Werung gemacht. Ja, WhatsApp, ja, haben sie. Livestream und hast nicht gesehen. Und wir... Ah, wir geben jetzt auch unseren Samstag. Mein Gott... Ich hab ihn gerade... Ich hab ihn gerade... Ich hab ihn gerade... Entschuldige. Ich hab ihn gerade den Kopf abgehauen. Verglücklich. Das erste Mal, dass ich das schaffe... Das erste Mal hast du jetzt in den letzten Kämpfen überhaupt gemacht? Oh, ganz ruhig, ey. Ruhig, Alter. Ruhig. Versuch ihn doch den Schwanz abzuhacken, das kann man übrigens auch. Ja, ich weiß. Ich versuche aber hier gerade überhaupt irgendwas zu hacken von mir. Ey, vergräbt sich. Ich glaub, ich weiß noch, wo er hingeht. Bitte her! Bitte her! Mitgebrüllt! Uuaah! Außerdem... hatten wir das erste Ding. Was? Den WhatsApp. Ja, der japanische Fassung, ja. Aber deutsch nicht. Verdammt! Geht so weit weg! Der guter Spiel ist aber auch... Der Spiel ist der Wahnsinn nicht. Na gut, ist für die Leute, die jetzt... Ich weiß gar nicht. Wir haben damals als Anfang auch angefangen. Was haben wir angefangen? Monster Hunter. Ja. Wir waren auch, Mann. Ups. Hat man ja ein Video gesehen. Die haben mich gesehen, wie ich am Nooten bin. Dann schlagen wir uns doch schon wesentlich besser. Dann muss ich nochmal... Dann machen wir wieder ein bisschen... ... bisschen frisieren. Lollollolloll! Davon mal hin, knie in eine runde Metzen. Äh... Metzen, Schnitzen. Ah, ich schnitze nur mal einen Schlock. Ach ne, scheiß das verstehe. Oh, ach mal. Ey, war für so scheiß Hammer. Ja. Weil ich cool finde, mit dem Gamepad kann man mittlerweile richtig coole Sachen kombinieren. Ich hab gar nicht so was im Video gesagt hab. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt einen Trampfil braucht man nicht mehr extra das Weckdrücken und dann suchen die Kombi, sondern man kann einfach direkt auf der... Ach, wer war das jetzt schon wieder? Ich war's nicht. Hä? Ich hab's alleine weiter, ich verschwinde jetzt wieder. Schmach... 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 Rote Rubin, rote Sauern. die sieben große herr der erste abend geschehen ja mach mal ich denke mal wenn ich mal hier gucken würde so wie ich mal gucken würde ich soll da gucken für grayskull doch das ist doch der Takuma oh oh er pennt natürlich er will er holt sich doch jetzt blöde Drecksler auch mal platt hier ja ich bin schön einschlafen bisschen stören Bumschakalaka ich weiß nicht der Hammer der ist ja mal sowas noch lieber ja meine schnitzel das der Monster Hunter 3 habe ich ja mit Schild und Schwert gemacht und ich bin Lanze und Lanze und Schild wir waren damals richtig genutzt obwohl es war cool aber ich finde ich habe nie so viel Schaden gemacht wie jetzt mit den beiden Waffen ja und jetzt die Jungs hier alles genau hier ja wenn ich immer ich werde die ganze Zeit von einer seit zwei anderen verschoben und stehe da mit dir auf ja guck mal ich habe keinen Schaden gemacht ich wurde von beiden Seiten bekloppt ich habe sogar einen Videobeweis blöden Franzosen nein keine Ahnung Dreck mal schreiben Dreck mal blöde Franzosen schreiben Arte Kuss schreit ah verdammt jetzt habe ich den gerade angehauen was wurde ich habe den bei ihm getreten kann man ja auch für Rückräder habe ich hier ich habe mir Bifi getreten also ich war gerade noch heutzutage ich mache jetzt Wahnsinn ja das war der erste war auf weiß er glaubt warum vor dem ich die Maske wegs habe aber das sieht man ja nicht weil ich finde das ist das innovativste Monster im ganzen Spiel ne finde ich nicht hab ich kurz dazu mit der geilsten Maske ich brauche noch was für das Spielerbild hier das sieht doch gut aus haut ab geh weg aus der Pratze das ist was ich in den so auch so perfekt ja vorratseffekte zurück und alle freuen sich alle freuen sich jibijay jibijay Schweinebacke jibijay guck mal an hier so ein episches Kampfbild ey wir bei das gleiche Kampfbild ne ich hab ein bisschen mehr stimmt ich hab äh Düngerschlamm ich hab Rückräder unter Knochen ich hab auch Dünger Dünger gut für die Landwirtschaft ja dann weiß ja was ich die meisten Spieler machen muss 2.200 Geld ja aber kein neuer Rekord ich hab den schon schneller besiegt schnell aber ich hab immer nen Rekord weiß auch warum weil ich die Dinger nie besiegt habe ja und wir spielen alle mit dem Video Game Out wir haben zwei davon ich hab zwei davon nein ich hab zwei davon scheiß du hast zwei davon steht sogar mal ja was haben wir hier den Barot Skype jetzt hab ich drei von den Skypes so gut so gut Tufisch Köhler hab ja auch nicht gehabt und das war alles hier verstanden da braucht das geht auch nicht mehr neuer Rüstungsteil bauen kann ich glaube ich kann nicht ich glaube ich kann nicht ich bin ein kleiner Philly der ist immer bei solchen Aktion dabei wenn ich mal bei dem Kumpel bin der zocken will ob Xbox oder Wii U ja ich bin meistens mit dem Watson unterwegs so ne Röhre ha 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 so zack so ich kann mit Panzer und den Westen mehr bauen ich will auch wissen was ich war ich kann bestimmt gar nichts bauen naja Radjärn Panzer ist stärker wenn man wo ich Gewebe fällt na dann gucken ob ich irgendwas dann bessern kann genau wie sieht es aus mit Waffen kann ich irgendwie ne Waffe schmieden oder so oder der Doktor Klinger Schneeschlitzer ausbräuhen dafür 168 Scheiße die ist gut du musst den Hasen noch ein paar Mal besiegen ihr seht könnt ihr euch kann ein Gubul helfen Gubul 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 wir müssen den Hasen noch mal machen weil ich brauche Hasen Sachen Pelz und Klau brauche ich hast du ne Klau wieder lieber ja aber die kannst du nicht tauschen leider das haben sie ja immer noch nicht geändert doch kannst du mir das nicht geben ich kann das nicht geben Udaubeut mit Rüstung Beine ich würde jetzt da gerne raus die beiden haben sie gerade neu gemacht dort kann ich nichts wohl der Helm sieht ja mal richtig kacke aus haha jetzt sieht der andere aus der widerwürdigen Besserung soll ich auch von einer Rüstung grad an was ist denn es klingt so richtig so wird er aussehen ja ja so wird er dann aussehen ich habe doch die komplette Rüstung vollständig Prozent auch trieb die Lurort ist vom umso man es vor allem Prozent Donnerschaden Prozent minus fünf Prozent Prozent der Wälderwäste verteidigte mich über die Opfühle aber besser aus meiner er kommt aber den Status an die er startet es ist aber immer noch um an hier ist es cool für gemacht als wieder cool aussieht es würde cool aussehen er hat der mann jeder wird jetzt gleich zum panzer ist ja es war die kann man denn die ach so dafür muss man ja wieder zurück in die schmiede ich will meinen Helm wieder haben der bringt mir leider noch nichts 70er Jahre Monsterjäger das was ich das irgendwie nehme ich habe ein Muster für hier ja ich habe mit 21er Ausrüstung verwalten die Brustpanzer direkt erstmal verbessern also habe ich keine Rüstung mit mehr also ich packe meine Rüstungseizze immer untereinander kann man schneller wechseln aber ich lass den erstmal so weil alleine bringt mir der Helm nichts aus dem sieht der Scheiß aus ich habe Geld ausgegeben für den Scheiß ich überlege gerade was ich für eine Dekoration bei meiner Rüstung mache Bonus Schuss Heckenschütze Absorberjubel ist das Dekoration oder? ja hungerfrei ja dann lass doch mal gucken Rucksack da bin ich jetzt auch mal ein bisschen neugierig kann ich dann mehr tragen oder was? ja Rucksack plus zwei was? Rucksack plus zwei? Wahnsinn Dekoration 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 schmieden toll ich kann nur einschmieden was denn das? steigt die Betäubungsfähigkeit das ist schön ich nehme glaube ich den Rucksack so der mal Rucksack joge Entzug joge plus an die Beinschiene mach ich das dran hr hr Stoffwechsel so als meine Handsteiger wird tatsächlich Wahnsinn ja hab ich das mal hier Dreck also man kann sich hier Dreck platzieren ja genau äh mach ich äh mein Kopf ah mein Kopf mein Ding ne kann ich gar nicht warum kann ich das nicht man kann ich nicht was muss runter muss den auswählen erstmal vorher ein Stick vorher verstehe ich nicht aaaaaaah du musst A drücken ok ja doof doof kann aber noch was wert doof bleibt doof was ist denn hier Wasser was sind das Wasserglatt zu wählen wird mir das irgendwas? daraus kannst du ja die einzelnen Dinger basteln so so ich brauche den Schneehasen hab ich ja gesagt ne Schneehasen so ich mach dann die Kürze Schneehasen wieder da bin ich ja schon längst siehst du ja nicht ok ich könnte jetzt einfach wahrscheinlich ich kann ich nicht ich kann es nicht annehmen was wollen die von mir es ist egal guck mal mit jungs alle rennen sofort hin wow was machen die denn boah nochmal den Hasen ja komm ja alle sagen jetzt wie schon der Hasen ey was mir in Ruhe alle wollen den Kanickel wieder machen guck mal wie geil seht ihr jetzt auch noch das Kanickel das Kanickel das Kanickel aus der Demo es wird erhöht Ausdauer erhöht Angriff erhöht geil alles hält die vierte ich kann nichts essen aber schaust hoch naja auch stolz wie hieß die Katze noch mal Niko ne so den Niko wie hieß die Katze noch mal Niko so den Niko gibt's glaub ich auch noch irgendwie du 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 Schuss mit der Kabine drauf. 22 Minuten. 23 jetzt. Ja, wir haben erst eine halbe Stunde rum. Wahnsinn. Alle wenigen Stunden sagen, oh. Ich nehme Heißgetränk. Oh, eine Schallbombe. Und ich gehe zu dem Meister Eder da. Ja, Meister Eder, bin dabei. Ja, eine Bombe, was soll ich den Namen hier? Ja, eine Bombe ist gut. Pazio, was soll noch was? Bärstenköl da toll. Gegengift. Schon wieder Gegengift. Nehmen wir mal Gegengift. Super. Ey, der kommt ja mal, guck mal, der zwingt sich jetzt um die hochzuklettern, ey. Oh, das ist doch ein Batser. Oh, hau ab, hat er gesagt. Das ist klar, Wutsch. Ich war froh, dass du so eine geile Panzerung hast mit Hörnern. Kannst du Silvesterraketen reinstecken. Oh, nein, ich bin da auch runtergefallen. Scheiße, ich würde dich da runterkicken. Fall nicht selber runter. So viel zum Thema Klärer, ne? Komm, jetzt mal weiter, weil ich die Team-Klärer noch mal. Ich bin bei Romar. Ich weiß, da kann man euch so falsch aus. Ich sag nichts. Tue ich mir auch nicht. Aber ich habe auch nicht. Wo ich brauche nicht. Wo ich brauche nicht. Ja, Jungs, ich komme. Wo ich kann man immer gut gebrauchen. Nichts gefunden an der Stadt. Ja. Es gab immer diese Kisten auch schon den Retreat-Teil. Da war er nicht zu finden, ey. In einer der Höhle, weißt du, da war er so, ja, Kiste kannst du suchen. Ich habe immer geguckt. Nichts gefunden. Ja. Hier als Knickel ist übrigens gerade voll im Gang. Du Sammler. Ach, dass du mal hier kommst, weil du das Video aufnimmst. Nein, du filmst, wie du Honig aufsammelst. Also, ja, ich komme da schon. Ein komischer Vogel, du. Du bist kein Vogel. Ich bin kein Vogel. Ich bin kein Vogel. Für Grey Skull. Das hast du jetzt nicht gesehen. Ja, natürlich nicht. Warum auch. So, dann sind wir. Das ist gar nicht gut. Direkt tot. Sie sehen, wie die Humberbrüder, wie sie hier. Humbercross. Toll. Was? Los, du. Jetzt habe ich dich. Wir haben gleich. Sie sind übrigens sehr leichtig. Das sind so kleinere Gegner. Ohne besonders große Spezialfähigkeit, sag ich mal. Ne? Sag, will ich was falsch sagen. Ja, da spielt sie nur hin und her, wird ab und zu mal ein Eisklumpen. Der ist halt ja auch der, der in der Demo gezeigt worden ist. Trinken. Etwa was. Schnitzel. Noch mal du gern, was weißt du, Phil haben wollt. Ne, wie die Clown haben. Ich will's die Clown. Gut. Golderl? Wie hast du ja nicht die Werung durch die Spiele? Zzzzzzzz. Ich weiß nicht, wie die Bomben sind, ne? Das sind 10-ies, ihr Schweiner. zähne wir bezahlen jeden zähne der bräckte der brettende hiphop hasen froh ostern genau ist ja sogar schon nächste woche ein zweiter wie wie die jäger den osterhasen meine eier hier schweine die waffen weg und nicht in rennen hier das büste hier steht auf einer osterhase mein vergleich dazu die haben wir die machen das macht einfach mal für ein schaden 500 und meine macht zu 100 ein schlag direkt auf dem boden ich bin am pen nein ich will nicht schlafen nein das haben wir besiegt guten nacht ich muss eh gleich meine waffe wieder ein bisschen komm her aus der hause ich schaue die waffe schärfen das kann man ja mal sagen ich habe gemerkt ich habe endlich gemerkt dass wenn du die waffe nicht schärfst da wird so stumpf ist das habe ich vorher auch schon gewusst ja aber dann geht es nicht durch die panzer und der starken viecher das ist mir damals auch gefallen auf der wie ich habe aber mit der schufe noch getroffen irgendwann haben wir auch 30 mal langsam ich habe immer ich gemerkt habe wenn es angezeigt wird ja gott sei dank jetzt habe ich aber ich habe dann die trocken wird doch ja und das ist dann im endeffekt die monster nur wissen die habe vom arsch getratzt das haben wir nicht registriert das ist sehr ungesanft man muss es sich vorstellen wie eine gescheitert das mit einem stumpfen das ist auch ein bisschen ungewohnt mein gott das heißt ungewohnt das ist es nicht kommen wir alle in der Nähe weil die güte immer noch wieder einstecken loslaufen dann ein das ist die warum treffe ich mit dem blöden Hammer nicht das ist doch Bullshit jetzt darf ich auch ich habe ja noch mal die Hälfte deswegen werden Prozent ich habe ja das nicht über die Verfolgung haben der überholt weil ich so gut bin aus dem ist komplett ich habe die sieben die europäische die jungen die Bauteil ich habe die jungen große Ecke ich habe den ich hatte auch noch nicht ab auch im Auge das ist gut das ist die 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 abruf macht man muss man auch was auf die die der Bumbe gelegt nein warum steht er denn jetzt auf es liegt am Wohle kommt nicht mehr auch Jungs ich bin hier der einzige der am Kämpfen ist los Jungs der Kotze leicht besser jetzt haben wir schon der Höhle besiegt gehabt ja nur weil ich die Klaue haben, muss ich nicht mehr hinter uns wahrscheinlich oh es ist ich hab hier wieder Ding gehört sonst ist es nicht damit nein, oh ich bin tot ich bin auch voll trinken ich habe keine erste Hilfe mehr ja, doch ja, besiegt, das war der Osterhase willkommen im neuen Jahr das war der Osterhase, willkommen im neuen Jahr schiefst 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 freudig das nach dem Platz das soll ich damit, hallo ich will die Klaue, ich will die Klaue, ja ich hab einen Klaue gekriegt ich hab auch eine Klaue ich hab auch eine Klaue und das habe ich auf Video das könnt ihr nicht was denn der Verderdelt hat den PQR gerade verdroschen mit dem Hammer Lichtschristall cool im Nisium Wofür eigentlich? für Waffe für Waffe, wo ist denn sonst? Nisium weißt du das wirklich Nisium? Isisium ich höre nur vom Weiten ja, das ist eine Clown, geil direkt erstmal direkt mal hier statt den Rätselambulett kann ich auch schon mal schätzen lassen kann nicht, doch, Rucksack plus 3 ne ne, ne, ich bin aufgerissen wenn du rauskommst, verprügle ich dich direkt und klaue dir das ich muss jetzt anwählen und dann auf in the box fertig ähm, Sonnenspitze will ich? das ist mein erster ich bin schon wieder in der Stadt klar, wir stellen A drücken Erdkristalle, Klauen habe ich jetzt 4 Schicks Kruppelz, hab ich auch bekommen, das ist gut. Gut, dann gehen wir mal gucken, was wir jetzt, was für eine Waffe kaufen, ne? Waffe, stecker Waffe, oder? Nicht so eine Doppelachs-Power hier. Was hat denn hier die Lady's Angebot? Die Lady Kraut. Die Eis Kristalle, es ist glaube ich sehr. Die Ripschirm und Krupp. Also die sagt, ich hab so wertvolle Sachen, ey, die hat gar nichts für mich. Oh, Alter, auch mal mit dem kurzen Fettnungser. So, Kumpel, was hast du für eine Waffe für mich? Waffen. Schneeschlitzer, kann ich bauen? Geil. Schneeschlitzer. Schneeschlitzer. Kann ich mir angucken, vorher? Schlitzer. X. Geil. Das sind von Ticke-Waffen. Guck mal, Messerkabel. Schlimmer Werkzeug. Schlimmer. Ich will die Schneeschlitzer, sieht gut aus. Die ist doch stark. Du willst also diese Schwerter. Ich brauch noch drei von diesen. Wie heißt die? Easyy. Sieh eigentlich die Knochen. Sieh eigentlich die Knochen. Easyy. Knochen. Die Knochen sind scheiße aus, Doppelbeiner. Easyy. 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 Was ist das denn? Ich hab auch geiler Hammer. Hier. Was ist das denn? Boah, awesome. Sind das denn für Trasher? Trasher? Diabolus Trasher? der Knochen ist das mehr ist das nicht aus kann dann der Knochenhammer das Ding sieht doch mal geil aus also mehr was die die Kanzler die Diablos Kretschmer die Amp 200 noch was schaden wenn ich den Schneehasen Ohr kriegen könnte und Frostbeut das kann ich ja nicht geben die mehr oder ich verschnitzel dich Paki Schuhe sie muss nach diesem das sind die das sind die jahre ließ weil sie gebetet wird bis zur Begründung Bitter. Oh man, das ist zu spät, ey. Bitter. Pifi muss ins Bett. Ah, ich hab nur ein paar Stunden geschlafen. Oh, cool. Ja, geil. Muss ich meine Ausrüstung wechseln. Was ist das? Ja, den blauen. Lagi. Lagi? Lagi. Muss ich meine Ausrüstung wechseln, weil ich hab einen Minus 15 Donner. So. Lagiakus. Ausrüstung. Minus 15 Donner. Donner Minus 4, es geht noch. Ich hab Element Eis drin, ist gut. In meiner Waffe. Nein, Friedrich. Gut, und während wir uns jetzt hier auf den Weg machen, Lagiakus zu besiegen. Dann nehmen wir noch auf. Immer noch auf. Gut, wenn wir uns das jetzt noch machen, dann können wir auch zugucken. Ich hab die Quest noch gar nicht angenommen. Mann, sehe ich gut aus mit meinem Helm. Welcher Teufel mich da gerissen hat. Weißt du, das sieht doch aus wie der bei The Avengers. Der Loki. Der Loki. Der Loki. Ich sehe aus wie der König. Meine neuen Waffen begutachten. Da sind sie. Was brauche ich denn? Eisbrecher, Donnerbrecher. Ganz ganz viel Donner. Ja. Ach der, aber auch. Heiß noch mal schön. So, dann geh ich mal wieder hin und sag. Right. Genau so. Yup. Right. Ritterding. Dann steig ich eigentlich noch mal jetzt auf hier. Ich will mal ganz um jeden an zwei, sondern das nervt mich. Ich hab alle Quests erledigt. Alle. Ja, aber steigt man nicht normalerweise auch so auf? Soll es gut sein. Aber ich hab ja wie es gehört, wenn man die Quests alle hat, dass man da wesens aufsteigt. Naja, eigentlich schon. Dann müssen alle aufsteigen. Wack. Alle. Ja klar. Alle müssen im Quest aufsteigen. Kann das sein. Kann das sein. Für direkt mal das Wert von uns alle mit ihr gut. Ey, wird mir die Hilfe geklaut? Ich nicht. Ihr Schweine. Ich hasse euch. Soll ich nur Bären. Der ist doch froh. Den müssen wir so mal hier fertig machen. Acht den hinten im Wasser, ne? Na ich verlob. Ich verlob. Ich verlob. Ich verlob. Da brauche ich mal direkt mit. Für die, die ich nicht wissen, was Blaupilze... Wir brauchen Kraut. Der kann man kaufen in der inladen. Oder Blaupilze brauchen wir dann um die Trank mit dem Kraut zuerst. Ich hab mal die Pilze gefühlt. Toll. Ich lebe ihn mal ein bisschen zurück. Gern, genau da sieht man dich nicht mehr. Gott sei Dank. Ich hab mal das auch. Ja, das ist die Pilze weg! Ich hab's, wie brennt die Flosse? Ich hab's. Oh, ja! Wir habt ihr da Vergnügen gemacht! Und Pilze sammelt, gehe ich mal kämpfen. Ach, die sind ja schon hinten. Sind alle schon hinten. Ich nehm'n Teleporter. du bist ein Lager dann? Scheiße ein Lager-Teleporter frage ich dir mal den Teleporter wieder ganz schnell woanders ja man, ich brauche aber blau, blaupilze ganz viele ich auch, ich habe ein Pilzdinger zum Sammeln da so, jetzt gehen wir erstmal hier voll in die Action na komm, wie viel wandert und wieder mal nur die Gegend zeigt die Gegend ist schön Gegend ist schön Hammerbeuden mach der ist er ich bin ja schon auf dem Weg mit meinem geilen Helm ach der war ja nicht hinten in der Hunde war ja doch zuerst ja Jungs na da ist er ja schon ich muss noch laufen ich habe Angst der geht natürlich am meisten gehasst habe den ganzen Spiel den haben wir meistens nicht gekriegt jetzt hat er mich schon geschockt du blitzdienstbumst ey, ich bin anfällig gegen Donner, du scheiß Drache komm her, ich hab Eiswaffen hier mach dich zu Eis ey, ihr seid am Falten, yeah, ihr schafft das, ja 10 Euro Schrift, aber yeah, sind die besten wir machen jetzt hier schon kein Problem, Bifi und ich aus ich komm jetzt das ist das und da gibt's doch auch die Mütze das haue ich diese die blöden wie die Kastelle vom Rücken bam, mit solchen Musik endlich jetzt wird jetzt wird die 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 schön aufm nicht mehr machen wenn ich ihn treffen würde damit der karte ich kann nicht mal auswählen ich muss jetzt mega auf geht's und nicht schon wieder ich kann ja mal aufhören sich jetzt bewegen oder sich stärker waffen er hat gut dass ich mit meinen Waffen soviel treffe direkt in den Monzerkopf ich war mal einen Trank zu saufen schon wieder ey hier gibt doch gerade einen Trank getrunken Penner ich bin ja noch genäbelt ich bin ja schon immer so stark mit seinem Blitzen da kann ich gar nicht mehr hin ja weil wir haben sehr oft geflogen aber ich glaube wir haben jetzt die Gestalt abgehauen oder warum weichst du denn nach unten aus ein Schlag und die Hälfte und dein Leben sind weg da habe ich doch schon so viel Verteidigung draufgesetzt ja 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 sie gerade einen sektor spieler 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 ich bin der einzige der überlebt hat sieger faust super hat richtig geklappt fand ich die leute haben was gesehen ja vor allem wie du gestorben bist gott sei dank nicht wie ich überlebt habe wieso kriege ich denn 100 bist du gestorben sowieso ach ja du hast ja nur gesammelt du hast pilze gesammelt vorher er stört er stört unter pilze es ist auch da hat er bis jetzt wieder verloren gestorben ist doch 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 ich hab ich nicht guck jetzt ich guck jetzt nach und das geht da ich hab sie nicht verloren ist er ich habe ein paar nicht gebraucht wird ja super danke dass du dich die vier grau-pilze habe gewonnen die erheben so das war monster hat er will es die ganze Zeit genau sind ganz weit hinten das war uns anter 3 ultimate fail compilation ja ich bin gestorben und ich setze nicht zum komischen Barotte auf dem Kopf das ist nicht ähnlich ich glaube das dauert zu lange bis ich es editiert habe na gut wir verabschieden uns unseren bis zum nächsten video wenn es wieder heißt warum sag ich eigentlich mal wie es immer heißt warum sag ich das eigentlich ständig ich weiß es nicht warum du es immer sagst gewürzt die ab wenn es mal wieder heißt kam so ab action und geschnitten verloren weiter geht's juhu fischer feind ich glaube ich weiß warum du noch aufsteigen musst du musst ja noch diese dringende Quester machen um aufzusteigen ne ne doch doch wir müssen dieses blöde Viech besiegen ne Freude Eierkuchen 4 5 6 6 7 8 8